Ja, ich weiß, ihr wartet schon drauf auf meinen Wochenendgruß. Damit hassen. Schönes Wochenende, schönen Samstag, Sonntag. Du wartest ja schon drauf, ne? Es ist ja jeden Freitag, muss ich dir das sagen. Da fällt mir ein, wenn du Entrümpelung machen willst, sei es nun die Wohnung, sei es den Dachboden, sei es den Kellerraum, sei es die Garage oder sei es das Gartenhaus oder Messie-Wohnung. UMTL macht es für alle.